Ja liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir sind immer noch dabei mit unserer Story. Eigentlich wollten wir mal gucken, was unser Freund Trevor macht. Aber wir werden mit Trevor erstmal dahin fahren. Ja, ich weiß, dass da immer noch die Maike missblinkt. Eigentlich wollte ich was anderes machen. Oh, eigentlich. Was will ich denn im Lagerhaus? Wir gucken, was Michael macht. Die Mission heißt übrigens streng nach Vorschrift. Also Michael soll irgendwas machen. Auf jeden Fall. Was soll er machen? Vor allen Dingen. Vor allem hängt der da rum. Benning, okay. Das ist eine Frage. Oh, ich weiß, welche Mission. Das weiß ich, welche Mission. Das war nämlich die Mission, wo ich jetzt gedacht habe, das wäre die letzte. Hey, das wird ein Spaß. Die wird assi, die Mission. Die wird richtig fies und assi. Ich weiß, was du. Aber du? Du, ich weiß. Ja, du, ich weiß nicht. Ja, also, bis ich sehe eine andere Sache, warum wir es einfach so machen können. Steve, was ein Wunderschön, Mann. Oh! Es erinnert mich von einem von den Leuten, die man sieht auswählen pillen für mitteljährige Menschen, die nicht bekommen. Hey, Devin Weston ist ein sehr guter Freund von mir. Also, warum nicht du deine Sprache? Because let me tell you something, that guy gets more tail than, uh, than a tailcatcher. Oh, ho, ho, ho. Flachwitz, oder wat? You? Where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, up. What are we doing here, huh? This. Please, keep the sleep last of the way from me. No, no, Ferdinand, he's gone. He's gone. It's okay, I've got some new friends here now. This is Michael. And this, this is Trevor. No. Now our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know, I already told nothing. Nothing, I don't know anything. Please, please, say. You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, high-five audiovisual. It's top man, good price, VIP. You know? You're a fucking spy. No, how crazy is that all? I don't know this. No. So I need to know. What did you tell them, and what did they tell you? Hmm? I told them what I tell you. Uh-huh. What? I... Hey! Whoa, 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 what is this? The house in Rockford Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. That's it. That's it. I go. You're gonna make him speak. No, 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 no. You two are gonna drive up to Rockford Hills. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No, 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 no. Because I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Oh, right. Fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know? Go for a drive. I'm waiting for... No. You get to work, and, uh, I'm not here. No. The guy's your neighbor. Caesars Place, Rockford Hills. Gut, begib dich zum Haus. Da, so mein Zinn. Was macht man da noch, sag mal? Schade. Ich dachte, wir werden dabei... Da. I'd be right under a microscope. An electron microscope of bureaucratic shit. And that would make it very difficult to keep old secrets. Oh, well. Who, 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 who for you? You know who else is having trouble? Oh, das war für uns keine Absicht. Macht der Gewohnheit, das Zurückblicken. Kehrt zurück zu Dave, sorry, das war keine Absicht, wirklich mich. Also. Komm, steck mal die Mühe dahin, mein Freund. Oh, dammit. You know who else is having trouble keeping secrets, asshole? Me. After you brought Trevor in on this. I only brought him in after you put out your press release. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation and heat unearthed this... And heat unearthed this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises them as his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the Cash Depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent ten years on the run, and the other landed in a federal penitentiary. Or, or, we stumbled on the Cash Depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away, the FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, and you end up here. Who's to say which of those is true? That there's any doubt probably accounts for you being alive. Back there? Trevor made you right away. The second he saw you. You remember after the bust, I was... I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Back then, sure. Not now. Oh, we have a Ferrari on 60%. And trotzdem fahren wir noch wie die letzten Idioten. Doch. Hey, das war mit der Absicht. Die waren alle meistens mit der Absicht. So, wo haben wir es denn hin? Okay, okay, okay. Hey, are you sure you don't silence him just to make sure? We're silencing someone. We're silencing the right someone. Get me another address. I got it. Hey, you want a coffee? I got some water. Hey, hey. Um eine Ziel zu finden, foltere Mr. K. Oh, wir haben so schöne Spielzeuge auf... Sache, das ist eine lustige... Nicht, dass ich auf solche Spielchen stehe, aber... Die Mission an sich ist einfach ziemlich lustig. Was nehmen wir denn? Fangen wir mit was Leichtem an. Die Zange. So, Zahnarzt. Achso, wir sollten eher drin und nicht, ey. Komm, der ist eh kaputt, den kannst du auch mitziehen. So. O, 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 o. O, 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 what? You asked me, I know, Zahir. I do this home theater. He lives in Chumash. The ride on the western highway. But that wasn't so tough, was it? O, 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 o. Chumash, the western highway. Nah, das haben wir nach Chumash. Chumash, you're driving. Remember. aber das ist eine gute idee war mit dem zinc mal guck mal die tür ist ja wieder die wir eben abgefahren am liebsten oder wieder dran so dann fahren wir mal ich habe gesagt du clean the whole thing up back in north yankton and you told me it'd be a clean job no casuals there are more eyes on that town than they need yeah well according to my eyes trevor sure problem dave as much as he is mine he's not a problem at all we're monitoring as he said anything about brad fuck yeah he has plenty i keep changing the subject you know he thinks you might actually commute brad sentence when this is all over that's good fine work we'll send another letter it's about time anyway so that's you who's been sending those fucking letters to trevor huh yeah he thinks they're from brad who he thinks is locked up in high security and not well not six feet under in a grave marked michael town so da zimmer this will do all right find out who we're looking for yeah we need a description of the target yeah i'll take care of it loosen him up no no please i tell you what you want no no please hmm ich glaube dein herzschlag ist ein bisschen schwach kommen wir machen mal ein bisschen wir machen noch mal ein bisschen tempo dran laber dann erzähle dr ja es es ja diese Na komm, quatsch doch! Where's Tiffy? Hey, hey, hey! Now? I was built! I was like... Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's aserba-jani, for God's sake. Look around. Is that enough for you? Finde das Ziel! We're live! You see anyone down there, who might be in aserba-jani? What do I know? You might be in aserba-jani, for all I know. What's one look like? They look eastern. I had this town looks eastern, Davey. You got to follow the Shah and the collapse of the counter. Der, würde ich sagen, fast aber. No, they all kind of blend in. Make a call, Davey. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. Wechsel to Trevor. They ain't gonna cut it, my friend. Shit, shit. Let me see. I remember that. Sorry, too late, Trevor. Show our contestant, what I want. I remember, 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 I remember. Come in the biggest tool in the row. Want what? Oh, 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 oh. We didn't get something to drink. Come on! D DNA shot. Ahah. Ahahahahahahahaha. Oh, 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 oh. We trust to Trevor's memory again? No, NO. She got beer. It's got a beer. Yeah, she got a beer. Aha. I think you're making a sub. No, no. I'm not, was? Is she beer. Du hast irgendwelche Beardy-types in dieser Party? Weil das alles Mr. K. hat uns gegeben. Ich denke, dass wir vielleicht zwei Böder nehmen und sie in unsere Formen und einfach ein Airstriker auf Chumark. Entschuldigung! Wer bin ich für? Steve sagt Beard. Was hast du? Einfach etwas spezifisch oder ein Stubbel wird es schlafen? Wir beginnen mit Mountain Men, und wir arbeiten unseren Weg nach, bis jemand auf die Profile. Es gibt ein paar Beards in dieser Party. Vinewood ist voll von Weak-Chins. Ein Ort ist für sie bekannt. Verdammt! Beards sind in Faschen in Chumash. Land der Beach-Hipsters. Wir brauchen mehr. Noch habe ich keine Informationen. Oh, er hat ein Beard. Er schmucht... Er schmucht wie ein fucking Chilli. Ich weiß nicht. Trev, vielleicht noch mal? Nur um sicher zu sein. Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, er schmucht. So, was nehmen wir als nächstes? Na komm, das Wasser hatten wir noch nicht. Nein, 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 nein. Das ist total legit. Was hast du falsch gemacht? Mein Kopf! Ich werde drehen! Ich habe Blut in meinem Kopf! So, Kollege. Oh, nein! Sag das! Porturer! Die ist richtig, also die Methode. Die ist richtig, also die Methode. Mal! Schau an mich! Ich bin ein Mensch! Ich bin ein Mensch! Ich bin ein Mensch! Ich bin ein Mensch! Schau? Ich werde dasen. Ich werde dasen! Ich werde dasen! Heute ist um Regulation der Regulierung. Dasen? Das ist ein Sinn. Herr K. Herr K. Ich weiß nichts! Bitte! Okay. Was ist das? Ah, okay. Es sind die Leute, die in der Partei schmieren. Mr. K. sagt, er schmiert wie ein Packet oder ein Tag. Redwoods cigarettes? Danke, Mr. K. Steve sagt mir, er schmiert Redwoods schmiert. Es ist nicht die cigarettes, die ihn töten. Es sind die Leute, die die Warnungen auf die Packet schmiert. Und er ist schmiert. Oh, jetzt verstehe ich es. Du sagst mir, um einen Mann zu schmieren, weil er eine Farbe hat, eine Cigarette, und er ist schmiert. Ich sagst mir, um einen Mann zu schmieren, weil er eine Gefängnis zu nationalen Sicherheit ist. Das Rest sind die Details. Michael, was ist mit dir passiert? Was? Ich hatte meine Augen auf einem Target. Hör, jeder in dieser Strecke hat so viele Chance, als der nächste Mann zu schmieren, als der nächste Mann zu schmieren. Steve, es ist schmiert. Verdammt. Das war der falsche. Ja, gut. Dann probieren wir es nochmal. Ich sage dir, um einen Mann zu schmieren, weil er eine Gefängnis zu nationalen Sicherheit ist. Das Rest sind die Details. cuz ich habe sie schon motive. De. De. Dassel. Und du einfach hier呼inal hast. Ich hatte ein Gefühl, es wird sich aussehen. Na ja, wir haben ihn. Es ist fertig. Das ist ein Wettbewerb, meine Freunde. Ein guter Arbeit für Sie. Ich habe ein Rack-Ball-Games zu erreichen, also Trevor, wenn Sie sich an Herrn K. Ich glaube, wir sind alle bereit. Was wollen Sie mit ihm machen? Ich würde sagen, er hat seine Worte verwendet. Komm, bitte. Das ist ein Sport. Komm, wir gehen. Wo ist es? Komm, wir gehen, okay? Ich werde nicht die G-Mann-Games sagen, was zu machen. Was? Sie wollen mich nicht. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. So, wir sollen zum Flughafen fahren. Aber zumindest haben wir den Typ mal mitgenommen. Haben wir die Mission geschafft. Nein, nein, nein. Du hast keine Stimme. Du hast keine Familie. Das ist vorbei. Ich weiß! Ich bin in Worte. Ich liebe ihn sehr viel. Nein, das ist dein altes Leben. Das ist vorbei. Du bist auf dem Gritt. Du bist von den Invisible-Leuten. Jetzt fahll ich mich. Ich gehe dich nach dem Flugzeug. Du bist auf einem Flugzeug. Du fliehst weit weg von diesem Land, und du hast deine Botschaft. Ich habe keine Botschaft. Du bist ein Verbrechungsadvokat. Verbrechungsadvokat? Die Medien und die Regierung würden uns glauben, dass Verbrechungsadvokat ist etwas Necessary. Wir brauchen Informationen, um uns zu bewerten. Wir haben uns keine Informationen aus dir bekommen. Ich würde dir alles sagen. Ich bin ein Lie-Header. Ich bin ein Lie-Header. Ich bin ein Lie-Header. Ich bin sehr unwell. Es ist mir mit dir. Jesus Christ, Gottfried. Ich dachte, wir waren wirklich mit uns. Trevor ist einfach der Geilste, muss ich sagen. Ich mag ihn. Früher habe ich immer ein bisschen angeschoben gehabt, aber ich mag ihn tatsächlich. Ich bin mein Lieber. Du bist frei. Aber meine Familie ist hier. Ihre Familie ist wahrscheinlich diejenigen, die dich dabei bekommen zu sein, okay? Und look, Vertraue niemandem, okay? Du bist jetzt allein. tirar wirklich? Ja wirklich, jetzt gehen wir. Komm ja. so der ist weg streng nach vorschrift die mission ist geschafft so das nächste was wir machen mit dem guten trevor ist mal hier anzufangen mit dem hier entschuldigung und aber das machen wir dann in der nächsten folge würde ich sagen oder beziehungsweise in einer der nächsten folgen ich weiß noch nicht ob wir wieder mit dem server weitermachen wir sehen uns in der nächsten folge auf jeden fall wieder egal womit und dann schauen wir mal bis dann und auf Wiedersehen bei let's play GTA 5